Der dritte Spieltag der Bundesliga Saison 2023-2024 steht vor der Tür und natürlich wird es da auch wieder Zeit für eine kleine Prognose. Vorab wollte ich euch noch mitteilen, dass ich mich für ein großes Q&A für die 10K entschieden habe. Und da habt ihr jetzt ungefähr eine Woche Zeit eure Fragen in die Kommentare zu schreiben. Ich werde auch bei den nächsten Videos unten einen Kommentar von mir anpinnen, wo ihr dann alles drunter reinhauen könnt. So viel dazu und weil die Transferphase gerade noch läuft, eben ein kleiner Disclaimer. Gut möglich, dass die Aufstellungen zum Teil so nicht hinhauen können, weil es vielleicht noch den ein oder anderen Wechsel geben wird. So und wo das jetzt alles geklärt ist, gehen wir rein. Angefangen mit dem Freitagabendspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Heidenheim. Der BVB hat sich an den ersten zwei Spieltagen nicht gerade mit Ruhm bekleckert. 404 Punkte sehen zwar auf dem Papier noch völlig in Ordnung aus, aber die Art und Weise, wie gespielt wurde, das kann so auf keinen Fall weitergehen. Und genau deswegen steht der BVB hier jetzt schon sehr stark unter Druck. Im Idealfall muss man nämlich nicht nur gewinnen, sondern auch zeigen, dass man spielerisch viel mehr zu bieten hat, als das, was wir zuletzt gesehen haben. Noch so ein schwacher Auftritt oder im Worst Case sogar ein Punktverlust gegen den Aufsteiger und die Unruhe während der Länderspielpause dürfte enorm werden. Klar ist aber auch, der BVB ist gerade zu Hause in der Regel eine Macht. Auch wenn der Auftakt gegen Köln schwer war, ist man seit mittlerweile 16 Spielen ungeschlagen, bei nur zwei unentschieden. Und es wird auch mal interessant sein zu sehen, wie die Heidenheimer denn auf dieses Stadion reagieren werden. Auch das hat gerade für Spieler, die so eine Kulisse noch nicht kennen, einen gar nicht mal so geringen Effekt. Das ist eine Sache, da werden sie sich im Verlauf der Saison dran gewöhnen, aber gerade am Anfang kann das noch einschüchternd wirken. Aber gut, das ist natürlich nicht der einzige Aspekt, der Dortmund hier zum Sieg verhelfen sollte. Denn im Grunde muss man schlicht, klingt jetzt einfacher als es gerade ist, dafür sorgen, die eigenen Stärken auszuspielen. Den Qualitätsvorteil ausnutzen zum Beispiel und dann dürfte das hier eigentlich eine klare Kiste werden. Gefährlich werden könnte es für den BVB allerdings, je länger die 0 steht, denn dann kann ich mir vorstellen, dass Heidenheim im Verlauf des Spiels mutiger wird. Das ist ein Punkt, wo man vielleicht aufpassen muss. Im Großen und Ganzen rechne ich aber damit, dass sich der BVB hier am Ende relativ souverän mit 3 zu 1 durchsetzen wird. Leverkusen gegen Darmstadt. Ich denke, hier sprechen wir wahrscheinlich von der potenziell klassen Angelegenheit an diesem Spieltag. Die Werkself ist grandios in die Saison gestartet. Sieg gegen Leipzig, auch in Gladbach hat man überzeugt. Wenn man daran anknüpft, dann sollte Darmstadt, die zuletzt gegen 10 Berliner auf die Nuss gekriegt haben, eigentlich keine allzu große Hürde darstellen. Wobei man natürlich niemals nie sagen sollte, es wäre irgendwo auch der Klassiker, wenn Leverkusen ausgerechnet hier jetzt einen Dämpfer erhält. Ich denke aber, dass es nicht so kommen wird und gehe einfach mal auf einen klaren 4 zu 0 Kanter Sieg aus Leverkusener Sicht. Hoffenheim gegen Wolfsburg. Eines der berüchtigten El Plasticos. Die Wölfe bis hierher mit einem guten Start, 6 Punkte und Hoffenheim auf der anderen Seite mit der Aufholjagd in Heidenheim, als man nach 0-2 Rückstand noch 3-2 gewonnen hat. Für den Kopf ein gar nicht mal so unwichtiges Erlebnis. Das hier jetzt eine Partie, wo durchaus alles passieren kann. Bilanz der letzten Jahre relativ ausgeglichen. Viele knappe Spiele. Aber Hoffenheim ist für mich noch richtig schwer einzuschätzen. Ich habe da immer noch so ein bisschen die letzte Saison im Kopf, wo der Start richtig gut war. Und danach ging es ja so richtig steil bergab. Auf einer Achterbahn wäre so eine Fahrt lebensgefährlich gewesen. Und weil Wolfsburg in der jüngeren Vergangenheit recht auswärts stark war, würde ich jetzt einfach mal auf einen 2 zu 1 Auswärtssieg in Hoffenheim setzen. Bremen gegen Mainz. Werder mit bisher 0 Punkten. Allerdings muss man ja auch so fair sein. Gegen Bayern und in Freiburg kann man natürlich verlieren. Das ist noch lange keine Katastrophe. Und dann kommt jetzt aber ausgerechnet Mainz, wo man die letzten drei Heimspiele ohne eigenen Treffer gegen verloren hat. 0 zu 2, 0 zu 1, 0 zu 5. Mainz hat mit dem 1 zu 4 bei Union Berlin und dann dem Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt allerdings auch keinen Bombenstadt bis hierhin hingelegt. Ich würde bei dieser Partie einfach mal so ein wenig nach Gefühl gehen und sage, das wird ein 2 zu 2 Unentschieden. Ein viertes Mal in Folge gewinnt Mainz nicht in Bremen. Augsburg gegen Bochum. Direkt mal das nächste richtig schwierige Spiel. Hier den richtigen Riecher zu haben ist nicht einfach. Bochum zuletzt mit dem 1 zu 1 gegen Borussia Dortmund erneut ein Big Point gegen den BVB. Allerdings ist es auch so, dass der VfL zu Hause gefühlt eine komplett andere Mannschaft stellt als auswärts. Wenn man jetzt mal an das 0 zu 5 in Stuttgart denkt oder auch die letzte Saison. Aber und jetzt wird es interessant, in Augsburg hat Bochum tatsächlich jedes einzelne Bundesligaspiel bis hierhin gewonnen. Augsburg wiederum hat sich am letzten Spieltag meiner Meinung nach ganz gut in München geschlagen. Im Endeffekt hat man sich in der ersten Halbzeit vor allem selbst besiegt mit dem unglücklichen Eigentor plus Handelfmeter. Das zieht einem in München in der Regel natürlich das gesamte Gebiss raus. Nichtsdestotrotz Augsburg mit einem wie ich finde soliden Eindruck. Für mich eine 50-50 Kiste, wenn beide abliefern. Aber ich würde einfach mal gegen den Trend gehen und sage es wird Zeit, dass Augsburg den ersten Heimsieg gegen Bochum einfährt. 2 zu 1. Wobei wie gesagt hier kann es auch genauso gut ein Unentschieden geben oder der nächste Auswärtssieg für den VfL. Auch das ist drin. Stuttgart gegen Freiburg. Ja, beim VfB ist jetzt nach dem 5 zu 0 Erfolg gegen Bochum wahrscheinlich wieder die Ernüchterung eingekehrt. Denn das 1 zu 5 in Leipzig war gerade in der zweiten Hälfte schon eine ziemlich dicke Pille. Und jetzt kommt mit Freiburg der nächste sehr harte Gegner, gegen den man auch seit 8 Bundesligaspielen sieglos ist. Die letzten 5 Partien gegen Freiburg gingen sogar allesamt verloren. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wann reißt denn die Serie? Gut möglich, dass jetzt auch langsam mal Schluss ist. Und in einem solchen Derby kann natürlich immer alles passieren. Ich rechne mit einem knappen Spiel und gehe hier mal mit der jüngeren Bilanz und sage Freiburg gewinnt in Stuttgart mit 2 zu 1. Kommen wir jetzt zum Topspiel. Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München. Und schaut man hier auf die jüngere Bilanz, dann könnte man glatt meinen, die Borussia wäre in den letzten Jahren Meisterschaftskandidat gewesen. Spaß beiseite. Nein, sie sind schlicht der, ich würde es fast aussprechen, Angstgegner der Bayern. Seit 5 Pflichtspielen in Folge ist der FC Bayern gegen Gladbach sieglos. Darunter eine 0 zu 5 Klatsche im DFB-Pokal, das war ein sehr denkwürdiger Abend. Aber die gute Nachricht für die Bayern, Thomas Tuchel hat alle seine Duelle gegen Gladbach gewonnen. Damals allerdings noch als Trainer von Borussia Dortmund. Naja, unabhängig davon riecht für mich diesmal nicht allzu viel danach, dass Gladbach hier jetzt der 6. Streich gelingt. Denn wenn ich so an die Partien zurückdenke, dann waren Spieler wie Benzebaini, Stindl, auch mal Thüram oder Hofmann mitunter die entscheidenden Figuren, die jetzt nicht mehr da sind. Und das neue Gesicht der Fohlen hat bis hierhin jetzt auch nicht den überzeugendsten Start hingelegt. Auch wenn man in Augsburg vier Buden gemacht hat, es gab auch vier Gegentreffer. Und gegen Leverkusen hatte man sich zwar bemüht, aber im Grunde war man da chancenlos. Ich will nicht ausschließen, dass jetzt ausgerechnet gegen Bayern die Wende kommt. Hat ja in den letzten Jahren auch geklappt. Aber ich glaube, jetzt ist so langsam die Zeit gekommen, wo Bayern die Borussia wieder schlagen wird. Klar, man kann jetzt sagen, bei Bayern ist auch noch lange nicht alles Gold, was glänzt. Und sie wirken in Teilen auch immer noch angreifbar. Aber ich glaube, die Bayern werden es diesmal machen. Und deswegen gehe ich auf einen 3 zu 0 Auswärtssieg. Frankfurt gegen Köln. Ein weiteres recht schwer einzuschätzendes Spiel an diesem Wochenende. Die SGE wird aus einer englischen Woche kommen. Das Ergebnis Standaufnahme nicht bekannt. Und hinzu kommt noch das ganze Theater um Rondol Kolomuani. Wo ich auch mal gespannt bin, welchen Einfluss das vielleicht haben kann. Ich denke aber zumindest mal, dass es hier so oder so nicht dazu kommt, dass er spielen wird. Wäre jetzt mal meine Einschätzung. Die Bilanz in den letzten Jahren in Frankfurt sagt übrigens zweimal in Folge 1 zu 1. Davor 2 zu 0 Sieg Frankfurt. Ein Unentschieden vielleicht auch aufgrund der englischen Woche und der Umstände vielleicht auch hier gar nicht mal so abwegig. Offensiv hat man sich in den letzten Spielen sehr schwer getan. Köln ein Team, das sehr gut kämpfen kann. Von daher würde ich hier mal auf ein 1 zu 1 gehen. Ich denke, das ist ein ganz realistisches Ergebnis. Zu guter Letzt nochmal ein richtig geiles Topspiel zwischen Spitzenreiter Union Berlin und RB Leipzig. Die Eisernen mit dem Topstart zweimal in Folge mit 4 zu 0 gewonnen. Leipzig auf der anderen Seite mit dem überzeugenden 5 zu 1 gegen Stuttgart. Und auch das Spiel in Leverkusen, was knapp verloren ging. Auch das war alles andere als schlecht. Mit Blick auf die Kader müsste hier eigentlich Leipzig als klarer Favorit reingehen. Allerdings wächst Union Berlin schon seit Jahren über sich hinaus. Und auch in dieser Saison ist offensichtlich mit den Eisernen zu rechnen. Also zumindest sieht es mal ganz stark danach aus. Die jüngere Bilanz spricht übrigens für Union Berlin. Die letzten 3 Spiele wurden jeweils mit 2 zu 1 gewonnen gegen Leipzig. Genauso wie die letzten 3 Heimspiele. Die letzten 6 Spiele generell übrigens auch alle knapp. Jedes einzelne davon 2 zu 1. Also die Quote auf dieses Ergebnis dürfte ziemlich niedrig sein. Und ja, weil 7 eine besondere Zahl ist, sage ich einfach mal, dass Union Berlin einen perfekten Start hinlegt. Und dass sich die Eisernen und Leipzig zum siebten Mal in Folge mit einem 2 zu 1 trennen. Aber es ist natürlich klar, dass hier alles passieren kann. Leipzig ist wie gesagt gut drauf. Da wäre es auch nicht die größte Überraschung, wenn RB hier gewinnt. Warten wir einfach mal ab. So, und an der Stelle gebe ich jetzt natürlich wie immer an euch weiter. Was denkt ihr? Wie gehen die Partien an diesem Spieltag aus? Schreibt mir da gerne mal eure Tipps, Meinungen und Prognosen in die Kommentare. Und ansonsten Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.